Wenn ich eines der größten Probleme, welches ich mit vielen, wenn auch nicht allen ApologetInnen habe, nennen sollte, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass sie oftmals Worte verwenden, von denen sie entweder nicht die Bedeutung verstehen oder die sie anderen bewusst falsch beibringen möchten. Bevor wir zum eigentlichen Video kommen, bei dessen Creator ich nicht zuversichtlich sagen kann, in welche der beiden zuvor genannten Kategorien ich seine Aussage packen soll, möchte ich ganz kurz nochmal einen der Kernbegriffe auf diesem Kanal erklären. Der Begriff Atheismus beschreibt ausschließlich, dass eine Person nicht von der Existenz von mindestens einem göttlichen Wesen überzeugt ist. Diese Person kann noch immer daran glauben, dass es Geister gibt, dass Karma existiert oder dass die Erde flach ist. Es ist kein Kriterium, dass sie in ihrem Leben zu irgendeinem Zeitpunkt rational oder skeptisch über die Phänomene, Eigenschaften und Inhalte dieses Universums nachdenkt. Diese Aspekte haben nichts mit dem Begriff Atheismus zu tun, auch wenn es noch immer viele ApologetInnen gibt, die genau das implizieren. Einer von genau solchen scheint der Betreiber des Kanals Fragen und Glauben zu sein. Und nicht nur der Titel, warum ich als innerer Atheist an Gott glaube, sondern auch die ersten 18 Sekunden dieses Videos dürften erklären, weshalb ich mit dieser Erklärung das Video begonnen habe. Ich bin von Natur aus ein Mensch, der zum Atheismus neigt, ein skeptischer Rationalist, der irgendwo tief im Herzen Atheist ist, aber schon als Jugendlicher ging mir auf, dass die Gründe, die für Gottes Existenz sprechen, überwiegen, dass die mehr sind als die, die dagegen sprechen. Cool, und wenn du von diesen Gründen überzeugt wurdest, dann bist du kein Atheist, sondern ein Theist. Wenn du ein skeptischer Rationalist bist, dann macht auch das dich nicht zu einem inneren Atheisten. Das einzige Szenario, bei welchem du dich noch immer als Atheist bezeichnen könntest, wäre, wenn du à la pascalische Wette nicht von der Existenz Gottes überzeugt bist, aber aufgrund verschiedener Argumente einfach so tust, als wärst du es, weil du denkst, dass du dadurch die besten Karten für ein potenzielles Leben nach dem Tod hast. Wobei die pascalische Wette auch genug Probleme mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass man absolut jede Religion dabei betrachten müsste, weil die meisten irgendeine Art von Hölle mit sich bringen. Wenn man jetzt zur Sicherheit so tut, als würde man an die Dogmen einer spezifischen Religion glauben, könnte es sein, dass man den eigentlichen Gott, der einer anderen Religion zuzuschreiben ist, ziemlich verärgert. Aber das nur als kleine Seitenbemerkung. Zum Beispiel, wenn ich mir die Natur anschaue, bekomme ich schon irgendwie den Eindruck, alles geht sich nur um Fressen und Gefressenwerden, das spricht eigentlich nicht für einen liebevollen Schöpfer. Auf der anderen Seite muss man sich mal das menschliche Wesen vergegenwärtigen, wenn wir seit Hunderten von Jahrmillionen einfach nur dahingehend geprägt sind, dass der am besten Angepasste… Na, immerhin hat er nicht den klassischen Apologetikfehler gemacht und Survival of the fittest mit Überleben des Stärkeren übersetzt. Der Stärkere, wenn man so sagen will, überlebt. Nein! Warum ist uns dann der Humanismus so wichtig? Warum ist es uns so wichtig, dass auch behinderte Menschen, zurückgebliebene Menschen, alte und schwache Menschen, die keinerlei Mehrwert mehr für die Gesellschaft sind, dass wir diejenigen versorgen? Das ist gut so. In erster Linie versorgen wir ältere Menschen und Personen mit Behinderungen, weil die allermeisten von uns Empathie empfinden. Diese ist nicht an das Alter einer Person gebunden, sondern ob wir das Gefühl haben, dass diese unserer Gruppe angehörig ist. Wir sind alle Menschen, was auch absolut jedes Kind bereits erkennen kann. Und sofern wir nicht durch beispielsweise rassistische oder LGBTQ-feindliche Rhetorik eingeredet bekommen, dass bestimmte Personen einer anderen Gruppe angehören, ändert sich das auch nicht. Abgesehen davon sei natürlich gesagt, dass uns allen klar ist, dass irgendwann wir die alten Personen sind, die Hilfe benötigen oder bereits zuvor einen Unfall haben könnten, der uns zum Pflegefall macht. Aus dieser Sicht behandeln wir andere Personen lediglich, wie wir behandelt werden wollen würden. Das ist im Übrigen auch ein christliches Erbe, weil andere Kulturen das nicht so gesehen haben. Wird hier über die frühen Verfechter des Christentums gesprochen? Nope, hier handelt es sich um die Ureinwohner Amerikas oder um genau zu sein Kanadas, die nichts vom Christentum mitbekommen haben und sich trotzdem um die Ältesten kümmerten. Alternativ könnten wir an dieser Stelle natürlich auch die kindliche Pietät aufbringen, die einen zentralen Platz in der Ethik des Konfuzius reinnimmt. Pietät bedeutet, dass die Kinder für den Unterhalt ihrer Eltern und der Alten in der Familie, deren Arbeitsvermögen beständig abnimmt, sorgen. Sie umfasst wirtschaftliche Unterstützung, alltägliche Versorgung, medizinische Behandlung, Krankenpflege sowie Anwesenheit am Sterbebett. Nach einer überlieferten Ansicht der Chinesen pflegt man die Kinder, um am Lebensabend versorgt zu sein. Gibt es andere Kulturen, in welchen man sich nicht um die älteren Verwandten gekümmert hat? Bestimmt. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass wir uns heute ausschließlich wegen dem Christentum um andere Menschen sorgen. Immerhin können wir auch ohne Religion empathisch sein. Und Empathie ist in dieser Situation alles, was wir benötigen. Das Paradoxe ist eigentlich, dass es viele Atheisten gibt, die überaus meisten Atheisten, die sagen, ja, das ist unglaublich wichtig, dass wir die Dinge so sehen, dass wir Menschen mit Rücksicht und Nachsicht behandeln, dass wir nicht so leistungsfähige Menschen auch fördern, sie durchs Leben gehen lassen, ihnen ein glückliches Leben, wo ihnen an nichts etwas fehlt, ermöglichen. Gleichzeitig glauben sie aber daran, dass wir eigentlich nur zu zwei Zwecken hier auf der Erde sind, nämlich um uns fortzupflanzen und um selbst zu überleben. Um echt zu sein, verstehe ich nicht, wo hier das Paradoxon sein soll. Wenn wir anderen Lebewesen unserer Spezies dabei helfen zu überleben, überleben diese und können sich womöglich sogar noch fortpflanzen. Doch abgesehen davon lebe beispielsweise ich auch nicht, um mich irgendwann fortzupflanzen. Um echt zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich irgendwann selbst Nachwuchs in diese Welt setzen möchte. Ich lebe mein Leben, weil ich diese kurze Zeit, die ich auf diesem Planeten verbringen kann, genießen möchte und im besten Fall auch noch die kurze Zeit, die andere haben, ein kleines bisschen verbessern kann. Natürlich ist das nicht zwangsweise, was die Biologie oder Evolution von uns verlangen würde, wenn sie etwas verlangen könnte. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, weshalb wir uns strikt daran halten sollten, wenn es uns nicht glücklich macht. Das gleiche Paradoxon hat man im Übrigen auch beim Thema Klimakatastrophe, in dem es Menschen unglaublich wichtig ist, dass der Planet Erde erhalten wird, gleichzeitig glauben diese Menschen nicht daran, dass sie irgendetwas davon haben, wenn der Planet Erde erhalten wird. Also eigentlich ein Paradoxon in sich, nach meiner Meinung nach, kein rational denkender Mensch würde jemals zu solchen Glaubenssätzen und Ansichten kommen, aber es ist gut, dass sie da sind, weil zum einen sichern sie unseren eigenen Erhalt und zum anderen beweisen sie in gewisser Weise die Existenz Gottes oder sind zumindest ein sehr starkes Indiz dafür. Und das ist das große Finale eines kurzen Clips. Okay, also zunächst mal Nein. Der Fakt, dass sich Personen Gedanken um die Umwelt machen, ist kein Beweis für irgendeinen Gott. Ein Indiz für den Weihnachtsmann könnte es vermutlich sein, da niemand möchte, dass dieser absäuft, wenn die Eiskappen schmelzen. Aber Spaß beiseite. Wünsche und Bedürfnisse beweisen in sich ausschließlich, dass Menschen Wünsche und Bedürfnisse haben. Zumal der Klimawandel, auch wenn dieser in wissenschaftlichen Kreisen effektiv unbestritten ist, nicht von allen als Problem oder im Allgemeinen real angesehen wird. Wenn sich der Schöpfer höchstpersönlich darum kümmern würde, hätte vermutlich innerhalb von einem Tag absolut niemand mehr Zweifel daran und, ich gebe zu, das wäre zu diesem Zeitpunkt ein Wunder, das auch ich nicht mit natürlichen Gegebenheiten erklären könnte. Allerdings wurde die Motivation hinter den Sorgen, was das aktuelle Klima betrifft, bereits im Video erwähnt. Zum einen sichern sie unseren eigenen Erhalt. Wir sind nicht die letzten Lebewesen und im Speziellen nicht die letzten Menschen auf diesem Planeten. Nach uns kommen noch Generationen, die mit den Folgen dessen zu kämpfen haben, was wir aktuell auf diesem Planeten anrichten, sofern wir nicht so bald wie möglich etwas an unserer Klimapolitik ändern. Als Mensch, der nicht von einem Leben nach dem Tod überzeugt ist, schätze ich die Zeit von jeder einzelnen Person, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat und leben wird. Sollte sich tatsächlich bewahrheiten, dass der Tod das Ende ist, worauf meines Erachtens alles hindeutet, ist diese Zeit unsere einzige Chance, um ein erfülltes Leben zu führen. Sollte sich allerdings doch herausstellen, dass es einen Gott gibt, der einfach nur zuschaut, während sich das Klima zunehmend verschlichtert, worauf wir, seine Geschöpfe, wie noch nie zuvor leiden müssen… Naja… Spricht eigentlich nicht vor einen liebevollen Schöpfer. Aber hey, vielleicht können einzelne Verhaltensmuster von Menschen ja doch auf einen Gott hinweisen. Das war jedenfalls mal ein tatsächlich kurzes Video, kaum zu glauben, dass ich das hinbekomme, um nach meinem kleinen Sommerurlaub wieder zurückzufinden, in der Hoffnung, dass ich weiterhin meine Motivation beibehalten kann. Falls ihr noch weitere Videos kennt, die es wert sind, eine Antwort zu erhalten, könnt ihr mir diese gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Wenn ich kein Vollidiot bin und es nicht vergesse, erwähne ich euch auch im Übrigen im Outro des jeweiligen Videos, so wie ich es beim letzten Video nicht mit Antithiest-Otaku gemacht habe. Sorry. Ansonsten kennt ihr ja sicherlich das übliche Prozedere auf YouTube. Dort drüben gibt es weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt, dort unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video und in diesem Sinne, bis dann.